Wenn ich von Spiritualität spreche, ist damit nicht notwendigerweise eine institutionalisierte Religion gemeint. Es hat keinen Sinn, von irgendwelchen äußeren Dingen Glück und Zufriedenheit zu erwarten. Wir müssen vielmehr ein Verständnis dafür erlangen, wie unser Geist arbeitet, um ihn entsprechend umwandeln zu können. Spiritualität heißt für mich, sich für andere einzusetzen. Eine spirituelle Revolution kann auch nicht von äußeren Ursachen kommen, von Computern oder bestimmten Veränderungen im Gehirn. Sie entsteht vielmehr aus dem Innern, aus dem tiefen Wunsch, zu einem besseren Menschen zu werden. Daran müssen wir arbeiten. Denn nur so kann eine spirituelle Revolution stattfinden.